Wir sind jetzt hier am Dorf Songseong-Ni, wo der Landkreis Kosong zusammen mit der Hans-Seidel-Stiftung vor zwei Jahren einen Ökofahrt eingerichtet hat. Diese Region, die Grenzregion, ist ja für Südkorea sehr bedeutsam, weil in der Rassenentwicklung die Natur viele Rückzugsräume verloren hat. Hier aber am Ökofahrt können die Menschen die Natur so erleben, wie sie sich in ihrer ganzen Schönheit in Korea darstellt. Der ganze Pfahrt ist ungefähr zwei Kilometer lang und dieses Gebiet, was wie gesagt am Meer durch Massentourismus auch gekennzeichnet ist, bietet dann auch die Möglichkeit für Koreaner, die aus Seoul kommen, die aus anderen Großstädten kommen, wie Taegu oder Busan, hier einmal die Natur ungestört erleben zu können. Herzliche Einladung, suchen Sie den Ökofahrt in Songseong-Ni im Landkreis Gosong. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir befinden uns hier an der Lagune Watlimpo, die aus zwei großen Seen besteht, die eines der wichtigsten Überwinterungsgebiete für Wintervögel aus Sibirien, hier in Korea sind. Besonders die Kräne, die hier hinkommen, sind berühmt. Man versucht, den Massentourismus, der hier direkt am Meer existiert, mit natürlichen Konzepten zu verbinden, sodass ein Teil des Gebiets, in dem wir uns hier befinden, auch touristisch erschlossen wird. Die hinteren Teile dann als Rückzugsgebiete für die Wintervögel-Gebieten. Alles befindet sich im Landkreis Gosong, dem Partnerlandkreis des Landkreises Bayreuth, der auf der Hans-Seidel-Stiftung seit 2005 in einer engen Partnerschaft verbunden ist. Hinter uns sehen wir das Sommerhaus von Kim Il-sung, das sogenannte. Früher gehörte Gosong zu Nordkorea, das heißt vor dem Koreakrieg von 1945 bis 1950. In dieser Zeit wurden an schönen Stellen Nordkoreas Häuser für den Führer Kim Il-sung bereitgestellt. Er selber hat sich dort nie befunden. Allerdings hat Kim Jong-il, der langjährige Diktator, dort einmal in den späten 40er Jahren einen Urlaub verbracht. Heute ist das Ganze ein Museum, das an die schmerzhafte Teilung des Landes erinnert. Wir sehen uns hier am Gongbong-Sar-Tempel, einem großen buddhistischen Tempel im Landkreis Gosong, in der Gangbong-Provinz. Dieser Tempel wurde im 5. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert begründet. Eine Besonderheit ist, dass hier fünf für die Buddhisten sehr heilige und kostbare Reliquien vorhanden sind, fünf Zähne Buddhas. Insgesamt sind nur angeblich sechs Zähne Buddhas übrig geblieben und fünf davon befinden sich in diesem Tempel, dem Gongbong-Sar-Tempel. Dieser Tempel wurde in den letzten Jahren sehr liebevoll restauriert und ist ein weiteres Glowel im Landkreis Gosong. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir befinden uns hier auf der alten Steinbrücke des Gongbong-Sar-Tempel. Ein historisches Monument, das auch wieder hergerichtet wurde und nun zu den Schätzen des Landkreises Gosong gehört. Hinter uns sehen wir den Haupttempel oder die Hauptanlage, während wir, wenn wir nach rechts gucken, dort den Tempel des Berggeistes sehen, der nach samanistischem Brauch immer auch zu einem Tempel gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020